über das tausend morgen land muss ich wieder die seiten finden okay i'll see you in a bit take care yes and good luck ja ja endlich mal wieder im finipoo ich hoffe nur nicht dass ich jetzt wieder die ganzen seiten finden muss no bother sink 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 poo bear you okay oh hello there sora you're home uh-huh good to see you poo and you too piglet hello you're not in trouble but i thought something odd must be going on let me see i don't remember anything oddish but perhaps i've forgotten sink 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 oh we've got trouble all right oh mother would that be the rabbit sort of trouble sorry please continue wer ist denn lumpy oh go for i'm sorry i kind of like it when the ground gets bouncy well i suppose if something has to bounce okay oh huh speaking of tigger Come on, let's go! You too, Rue! Yippee! Me too, me too! I wanna bounce! Oh yes, it is time for bouncing! Hey, no more! All would-be-bouncers are welcome! Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related. Well, thank you for remembering my plight, Poo. Better late than never. Excuse me! Would anyone else care to remember why we're here? As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which perhaps you invite us in for a smackerel or two of honey? Hmm, I don't want to help you with your garden. No, no! I mean, we'll see about that, Poo. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? Rue, you need your help at the vegetables. Miezernte. Betrachte das entsprechende Schild, so um zu beginnen. Miezernte ist gleich. Dort drüben. Erstmal einen Speicherer machen. da ist das schild dafür wahrscheinlich aber das gemüse ernte ist aber eine ganz andere gemüse ernte als die man so kennt wahrscheinlich wieder verbinde mindestens fünf gemüse derselben farbe um sie zu ernten und den garten für neue gewächse beizumachen schieße das gemüse vor dir auf dem haufen um andere gemüse dadurch zu ersetzen und sie so schnell aber ernten zu können rgl um einen schusswinkel zu justieren und halte dann x drückt um einen vorschau des schusses zu erhalten die anzahl der gemüse und die du verschießt hängt davon ab wann du x wieder los lässt einmal so viele gemüse ein wie rabbit von dir verlangt um das spiel abzuschließen das wird auch noch noch was übrig nach jeder fünften erfolgreichen ernte verhobelt wer wird herbei und erntet alle gemüse einer farbe behalte das einmal angezeigte gemüse im auge um dich stattdessen auf andere gemüse zu konzentrieren kannst das gemüse vor dir wechseln indem du l1 eindrückst um das dir zur verfügung stehende gemüse durch schalten wenn du fleißig erntet fühlt sich eine spezielle leiste drücke dreieck um eine einheit der leiste dafür einzusetzen hilfe von tiger 1 anzufordern rufe zweimal in einem zug hilfe bei um einen noch größeren bonus zu erhalten ich habe es null verstanden wenn ich ehrlich bin geht er da nicht irgendwie auf zeit der war zum beispiel ganz gut das war jetzt nicht so nice glaube ich der könnte doch hier ganz gut rein den vielleicht hier so rein das ist ja fett am tanzen ok hier ist gefühlt irgendwie kann ich gar nichts machen weil ich dann eher nach rechts schießen sagen wo tomaten sie doch aber viele den hier hinten weil ich nicht die ja genau die will ich haben jawohl sowohl zusammen zwiebel zwiebeln da rechts viele zwiebeln die könnte man vielleicht gut holen hallo ich möchte doch die was auch immer das ist anzulieren jawohl jetzt tiger ist ja glück jetzt nicht auf zeit oder sonst irgendwas ach schon mal viel wert von denen sind aber viele aktiv da vielleicht so rein aber gut da würde ich sagen rein karotten karotten sind nur viele hier vorne sind da in der linie da vielleicht so hin ja da war glaube ich ganz okay und geschafft ich habe sogar items erhalten cool cool du scheine was ich jetzt als nächstes für aufgaben noch machen muss ja kein hüpfen ich weiß nicht ob es so gut ist wenn eltern hüpft entschuldige mich rabbet die karotten sind sehr schön aber äh könntest du ein bisschen schlafen um mit ihnen zu gehen und jetzt ist nicht die Zeit, Poo wenn ich dir ein bisschen schlafen gebe, werde ich einfach mit einem in meinem dritten drücken also, ich glaube, dass deine Probleme geschehen wird ich glaube ich werde meinen Weg geschehen? oh es ist weit weg geschehen wir brauchen immer noch die früchte wirst du nicht bleiben, sora, um den hohen zu nehmen? ok bei der obsternte betrachtet entsprechend schild um zu beginnen hier ist die obsternte es ist im haus noch mal genau das gleiche spiel oder was passiert was passiert da wackelt das manchmal ich habe es nicht verstanden warum ist es jetzt hier müssen noch immer viel zusammen sein oder nicht mit zitronen ist das glaube ich nur zitrone oder warum wackelt das dann manchmal noch mal warum was ist das denn jetzt muss ich das schneller machen oder was und er war gut jetzt einfach nicht mehr so viel zeit hat gehe ich einfach mal von aus okunapfel der kann da der bonus könnte sich gleich aufladen das wäre schön das wäre schön das ist schön ja keine ahnung wo ich jetzt hier hallo da will ich hin wollen wir müssen auf 700 kommen weiße der war nicht so geil der war nicht so geil ja der versucht der war komplett behindert so grüne apfel da hoch vielleicht ja den da so hin vielleicht die zu tun wird jetzt gut sein da werden jetzt viele weggehen das war nicht ganz so verkehrt es ist doch hier bambi oder wie er hieß da macht er sich gut glaube ich ok zusatzbonus der gut den hier so gerade rein schallern das passiert mehr ja der müsste ja der war gut ja jetzt kommt zweimal der oder was dann ja nichts passieren ja wir haben es geschafft noch einmal durch ich dachte ich dachte er macht ende wenn ich ehrlich bin ja aber jetzt oder immer noch nicht jetzt aber nein aber jetzt geschafft nice 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 so was kommt jetzt noch für eine ernte 0 ja 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 das frutat oh ja ist es lef lief lief du Du weißt, Rabbit, ich finde, dass die Frucht immer besser schmeckt, mit einem kleinen Honig. Wie ein Apfel und Honig-Tung. Und ich schaue mich näher an die Frucht, auf der Bouncing-Height. Und ich schaue mich näher an die Frucht. Sora? Könntest du mir mit meinem Blumenpatch helfen? Ich habe eine Überraschung für Pooh. Hm? Eine Überraschung? Für Pooh-Bear? Ja, Sora? Oh, es ist nichts, Pooh. Gar kein Bock auf dieses Minigame. Da gab es schon bessere 1.000-Morgenland. Ja, ja, jetzt können wir es ja mittlerweile, dass wir bestimmt auf 1.000 kommen oder so. Haha, mein Tumbler wird rumblern. Ja. Hast du noch ein Hain von 2? Noch nicht einmal das geschafft. Hä? Da! Hätte noch nicht ein... Ein aktiviert. Noch nicht ein. Ja, der wäre gut. Ich hoffe, du hast die, die ich hinterher bin. Der Kopf auf den weißen. Jawohl. Oh, der auf den... Oh, nee. Ja gut. Okay, ist zumindest weggegangen. Oh, der war auch gar nicht so schlecht. Da! Ist das genug? Ähm, wo kommt der hin? Da? Da? Da würde ich schön, ja. Jo, der war gut, der war gut, der war gut. right? Oh, jetzt. Komm der... Ah macht so fleckenartig, ist das weg. Okay. Oh! Ah, auch ein Honig, kann jetzt auch noch dazu gepflückt werden, okay. Oh, die, da rein. Ist ja alles weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der auch was warum hat es sich gelangt was soll das wo lang das langt ja nice nein das langt nicht doch war gut war gut doch war gut er müsste auch gut sein wir haben nicht mal die hälfte gefüllt von diesem scheiß topf wir haben so eine gute runde eigentlich gerade ja dem wollte ich so nicht schießen auch nicht so auch absolut ermöglicht gerade geschossen hat wieder geschafft gerade noch so drei sekunden hatte ich noch ja jetzt noch eine aufgabe er hat doch gar nicht geholfen oder haben es ich Oh, and the flowers are so lovely. I like the pretty colors. Look at them all, they're both and even higher than me. Wow. Sora, I believe the one I should thank for all that yummy, delicious honey is you. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Oh, Sora. Hmm? You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes, you see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh good, because I want us to be together forever. Pooh, we are together. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connections weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Hmm? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here, from now on. No going away. Thank you, Sora. Hmm? Oh, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. das sieht doch schick aus aber jetzt bin ich schon durchgespielt oder was wäre denn ja mega fix gewesen ein schluss mit wehrt das angriff und magie ausbalanciert formänderung honig schleudern honigwerfer honigwerfer sehe ich mich ich habe auch noch mal Da ist er wieder. Hmm, well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts for us to discover and traverse. But you already know that. Ah. Yeah.